Hallo und herzlich willkommen zu Skywys Minecraft Survival Folge 457 Wir machen hier Half Slabs Cobblestone rein, damit nichts spawnt Hier haben wir einen super mega Spawner Ähm, ja, gehen wir raus Das letzte Mal, jetzt hatte ich immer noch zurück Jetzt bin ich gespickert Die anderen sind am rumfighting da hinten Hey! Das war meine Was war das hier? Oh Okay Dann kommen wir auch noch ein paar Kommen wir mal Nicht kochen Oh je Das war ein sehr klausches Komm 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 Sollte. Er, drei Hattie. Oh, ich kann nicht so viel Hattie. Äh, ich guckle auch noch schnell, ey. Und? Agro? Nein. Nein? Nicht? Sehr gut. Ich wollte mich nicht drehen. Ich schieße auf einen anderen. Oh, ich schieße überall. Wer ist jetzt gegen wer? Ich komme von ihm draus. Ich glaube, da hinten ist ein Biss. Kaffee. Das Boot geht jetzt aus dem Zeug selbst. Kaffee. Kaffee. Ja. So? Kaffee. 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 Wir sind nicht. Was ist das? Sie sind dort. Also die Beut und mehr. Obwohl sie da ist. Da hängt die Gang noch ein bisschen zugemacht. Ein bisschen. Das können wir hier auch noch platzieren. Das spielt eigentlich nichts mehr. Gut. Dann. Fast. Fisch. Abgedacht. Da wollte ich gar nicht noch gehen. Oh. Brauchen wir mal. Circuit. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Sag. Ah, da wäre ich natürlich nicht mehr klein. Und bei 3 wieder das Köpfe haben wir natürlich, das heisst wir können wieder spawnen. Wir können an einem Ort, wo möglichst weit weg ist. So, es geht so fast. Wir können an einem Ort, wo wir die Koffe vermitteln. Wenn wir die Koffe zurückkehren, das nur einen Ort. Untertitelung des ZDF, 2020 So, bis es hier aus steht, machen wir ein Dicht hin. Äh, Cola. Hallo? Ja, da ist ein paar Musik. Ach, da sind dich. Komm da, Beini. Das ist gut. Sollte Das ist ja normal, wenn ich für die Zöberin gehe. Die anderen habe ich auch fortgeschmissen oder so. Gut. Ja, ja. Da wird's nicht. So, gut. Bekommt die L exit nach. Hm. Ja, das ist ja nochmal in die Flan. Ja, da ist das. Also, wir kommen jetzt. Das muss man nicht. Ich brauche ihn eigentlich auch nicht. Da muss ich es noch überlegen. Ich brauche ihn eigentlich auch nicht. Die hat auch nicht. So. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. So. 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 Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. All right. Okay. 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 I've got a backstory. It's virtually for me. Thank you. Hier geht's. Gut. 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 Niemand da? Sehr gut. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Sieh! Sieh! Nichts, nicht. Nichts, nicht. Auch auf der Seite drinnen. Gut. Ein Fremdmeister kommt, wird schwierig. Gut. Einfach eine richtig große Fläche. Wir bauen dann rundum alles mit den Half Slabs zu. Nicht unten. So, und dort. Jetzt wieder. Ich bin eigentlich genug. So, sagen wir mal ein paar Kudos. Nein. Nein. Hey, das ist abgerollt. Ja, und schiesst's. Hallo? Mr. Skelett. Hallo? Hallo? Alles merged. Man Councillor, erstmal auf die Dhanoude. Nicht uns gut? Ganz gut! Das ist jetzt komplett in die Gemüse Kunkine. Hier ist doch noch einer runtergekommen. Der Heib ist schnell. Ja, ok. Auf meiner Hohen. Ist das bequem? Aha, ok. Jo. Ok. Gut, ich glaube, er hat doch noch ein bisschen zu tun. Ok. 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 Hm. Ok. 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 Ja, da müssen wir wahrscheinlich nochmal mit den Half Slabs, die wirklich anfangen. Die Gegend sieht jetzt nicht schwer aus. Ok. 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 So, ich kann mich nicht mehr kohlen. So, jetzt fangen wir mal da hinten an. Oh, die Kälte. 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 So. Hallo, ihr habt kälte, dass du jetzt kälte, ja so. Oh, meine Kälte. Du musst hier Luna kommen. Oh, meine Kälte, ja. Oh, meine Kälte. Jetzt, dann fangen wir mal an. Kälte. Ja. Okay. Okay. So, das ist doch gut. So, das ist doch gut. Wo ist er denn? Ich schaue ganz nahe. 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 Ich schaue mit ihm. Inm Untertitelung des ZDF, 2020 So Dann 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 Und Tschüss Dann 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 Dann